Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Bus Simulator 2021, wir spielen jetzt Bus Simulator 21, äh, ja gut, ich hab den Bus gekauft für 40 Mio. Wir fahren jetzt mal in die Startsuche, drückt Tab, ich erkläre euch dann das Spiel, wie man das macht. Ich fahre mit Lenkrad, deshalb klar, aber, puh, das geht wenigstens jetzt, komischerweise, das Spiel. Ich wollte das gestern aufnehmen, also gestern Nacht noch, und da wollte er nicht, da muss ich mein PC zurücksetzen, aber danach wollte er, also wie ihr seht, Bus Simulator 2018 nehme ich auch auf. Ich hoffe mal kurz raus, ähm, Leute, wie war euer Tag? Ich wünsche Last Like und eine Abo da, dass ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ich wünsche euch ein paar Fragen, wenn ihr euch ein paar Fragen habt. Ich wünsche euch ein paar Fragen. den wir auch schon mal lang gefahren. Also ich privat. Nicht mit diesem Bus, aber das ist ja auch ein neuem Modell, so ein Bus, mit dem werde ich den ganzen Tag aufnehmen. Oder jeden Tag. Ja, wenn ihr da lasst, nein, gut, nein, auch gut, wenn ich es gesagt habe. Am Ende kommt wahrscheinlich noch Musik oder auch nicht. Ich müsste jetzt eine Runde machen. Das ist auch eine gute Frage. Das ist auch eine gute Frage. Wir hofen die ganze Zeit, bis jemand ansammelt. Wir müssen drehen, Leute. Ja, genau. Ich habe was Schönes gesehen von uns. Ja. 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 Vielen Dank. So, da haben wir Ruhe, Leute. Ja, Leute, folgt mir gerne auch auf TikTok, da habe ich auch einen Account. Da zeige ich mich aber doch nicht. Hier muss ich noch rein, da ist einer. Ähm, kann jetzt dafür... Oh-oh. Wir kaufen uns auf einen anderen Bus. Ähm, ja. Wir kaufen auch den Bus hier. Ähm... Ähm... Wir kaufen selber nochmal hier. Ähm... Nogmal, äh... Naja... Das ist eine Kanada, nicht mal. Das ist eine Kanada. Das ist eine Kanada. Das ist eine Kanada. Jawohl, eure Kanada. Ja, da ist eine schöne Runde. 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 Ciao. Ja.